Ja wir halten das für eine ganz wichtige Aktion. Wir wollen die Reanimationsquote in Deutschland deutlich erhöhen bis zum Jahre 2020. Auf 50 Prozent zurzeit liegen wir nur bei 39 Prozent und es geht um Menschenleben. Wie Professor Agnes immer sagt, das ist so einfach und kann man sich so einfach merken. Prüfen, rufen, drucken, drucken, drucken. Und wenn das in alle Köpfe der Münzeraner, der Deutschen, der Europäer, der Welt geht, dann ist man möglicherweise einen Schritt weiter eben doch deutlich mehr Menschenleben zu retten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Warum sollte jeder sofort reagieren? Damit man damit sehr viel Menschenleben retten kann, ohne dass es viel Zeitaufwand ist. Man kann nichts falsch machen. Das einzige was man falsch macht ist, wenn man nichts macht.